hallo freunde der filmunterhaltung und herzlich willkommen endlich ist es wieder so weit es gibt wieder filmkritiken auf einem kanal nachdem ich letztes jahr aus persönlichen gründen eine zeitlang pausieren musste mit meinen filmkritiken bin ich doch jetzt wieder am start und die erste filmbewertung die ich mache heißt next gold wins ja worum geht es in diesem film in diesem film geht es um die amerikanische samoa fußballmannschaft und ja mit fußball hat das teilweise nicht wirklich zu tun was sie machen denn wir haben bei der wm qualifikation im jahr 2001 31 zu 0 gegen australien verloren und ja das ist natürlich schon mehr als peinlich denn das ist auch glaube ich bisher die größte niederlage in der geschichte des fußballs gewesen aber sie haben einen traum sie möchten die wm qualifikation 2014 erreichen um endlich ihre schmach nach 13 jahren wieder wett zu machen ja das problem ist aber dass die aktuelle mannschaft nicht wirklich besser ist und nicht nur das sie haben auch langsam absolut keine ahnung was sie dagegen tun sollen und ja nicht nur das ist momentan das problem denn auch ein anderer hat ein problem denn der fall trainer thomas rongen gespielt von michael fassbender auf die anderen namen gehe ich jetzt nicht so an denn es sind so viele leute da drin weil es ja halt fußballmannschaft ist aber michael fassbender ist auf jeden fall mit dabei den kennt man zum beispiel als magneto von den aktuelleren x-men-filmen und er ist sehr exzentrisch kann man sagen also er hat sich manchmal nicht so gut unter kontrolle wenn es um fußball geht und ja er wird mehr oder weniger vor eine wahl gestellt entweder er geht nach amerika samoa um die schlechteste mannschaft die es jemals gegeben hat zu trainieren oder er hat kein job mehr ja widerwillend tut er natürlich einlenken und ja fliegt nach amerika samoa und was ihm da geboten wird lässt ihn wirklich alles aus dem gesicht fällt ist ihm wirklich so wirklich alles aus dem gesicht fall sowas hat er noch nie gesehen und ich glaube sowas hat glaube ich noch gar kein trainer gesehen dass da teilweise veranstaltet wird und so ist es auch kein wunder dass diese mannschaft so abschneidet wie sie bisher abgeschnitten hat der trainer möchte versuchen den irgendwie zu helfen ja soviel zur story also ich muss schon sagen der film ist so ein bisschen so eine mischung also von der mischung erinnert er mich so an an die fußballserie kickers und an cool runnings wer den film noch kennt und die serie noch kennt also so so eine gute mischung ist das daraus also der film macht auf jeden fall richtig spaß die mannschaft besteht aus sowas von unterschiedlichen liebenswerten aber auch chaotischen charakteren die wirklich teilweise so was von abgedreht sind wo man sich denkt heftig 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 ja und dann kommt da noch so ein trainer der sich natürlich nicht unter kontrolle hat michael fassbinder spielt diesen trainer wirklich hundertprozentig also er ist da sowas von in der rolle drin mega genial ja und links teuer bei kiki der war titi so rum der nicht nur das drehbuch sondern auch die produktion auch die regie beinommen hat hat auch eine kleine gastrolle und ja also der film der macht einfach nur was er hat auch emotionsvolle momente er hat lustige momente er hat zum ja mehr oder weniger sagen wir vielleicht auch mal inspirierende momente vielleicht würde ich sogar sagen also da würde ich so ungefähr ansetzen und das ist schon wirklich ein sehr gut gemachter film der film der film der macht wirklich spaß der geht auch nicht zu lange der geht 105 minuten aber das der film der geht so schnell rum also echt super auch so wieso die ganzen charaktere da so aufeinander treffen die ganzen jeder hat so seine verschiedenen probleme jeder hat so seine verschiedenen ja sage ich jetzt mal antriebsgründe und dann irgendwie dann doch schon wieder alles total chaotisch dann passiert wieder irgendwas dann wird wieder alles mal einen haufen geworfen der film der ist wirklich richtig gut also der macht wirklich spaß also wer so ein bisschen so auf 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 komödie auf sport komödie ist man muss jetzt nicht unbedingt wirklich fußball fan sein um den film zu mögen an manchen stellen ist mir der humor ein bisschen ja sagen wir mal ein bisschen drüber ja übertreiben ist an der einen oder anderen stelle mal so ein bisschen aber alles in allen ist das ein wirklich sehr sehr gelungener und lustiger film ja und welche bewertungen ich dem film gebe sage ich euch nach der werbung für mein shop hallo freunde film und gaming unterhaltung hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es alles von euren content creator t-shirts wo dies tourenbeutel und noch vieles vieles mehr und natürlich die designs von arts expert also holt euch eins von den coolen logos und holt euch den coolen staff nach hause ihr könnt ihr frei wählen größe farbe alles was ihr wollt also ran da und holt euch den staff bis demnächst so da sind wir wieder ja also wie gesagt der film macht sehr viel spaß der film ist sehr interessant gemacht der film hat lustige liebenswerte charaktere der film hat zwar ja manchmal ein humor der mir so ein bisschen ja bisschen drüber ist sag ich jetzt mal manchmal ist es ein bisschen zu abgedreht zu kitschig teilweise aber nur vom humor her aber schauspielerisch ist das alles gut gemacht die andere charaktere wie gesagt da sagen mit der größe teil sagt mir jetzt so gar nichts aber ja so kann man sich auf jeden fall eine schöne ort komödie sich angucken wie gesagt ist für mich so eine mischung aus kickers und cool runnings aber echt charmant gemacht das kann man sich wirklich einfach mal so die 105 minuten geben immer mal was lustiges braucht was jetzt nicht so wo man jetzt so über 1000 ecken denken muss oder so einfach mal so ganz chillig gemütlich weg gucken möchte dann kann man sich den film auf jeden fall angucken und somit gebe ich den film vier von fünf guten köpfen weil der film einfach spaß macht also hätte ich das nicht gesehen hätte ich selber nicht geglaubt also so ein film den muss man sich auf jeden fall erstmal definitiv zu gemüte führen ja das war die filmbewertung zu next gold wins ich wünsche euch noch einen schönen tag bis demnächst